Fakt ist, dass sich die Welt im Zuge der anhaltenden Krise weiterhin exorbitant verschuldet und dennoch Millionen Menschen ökonomische Ausfälle erleiden müssen. Doch trotz dieser Begleiterscheinungen schnellen eben die Börsen weiter von einem Rekord zum nächsten. Wer jedoch seinen finanziellen Wohlstand hinsichtlich der gegebenen nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen schützen möchte, sollte sich durchaus mit den aktuellen finanziellen Spielregeln einfach jetzt mal vertraut machen. Genau darum soll es auch in diesem Video gehen und damit ein ganz ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Klaus Hoppel. Ja, zwar hat der Staat im vergangenen Jahr viele viele Maßnahmen getroffen, die von Milliardenhilfen bis hin zu Zinsstundungen für Steuernachzügler reichten. Dennoch sind diese vermeintlich vorläufigen Entlastungen für die kommenden Monate auch mit einem großen Aber in Anführungsstrichen verbunden. Denn irgendjemand muss ja doch am Ende die Schulden irgendwo zurückzahlen im Zuge dieser globalen Krise, die ja immer neu gemacht werden. Und am Ende des Tages werden wir Bürger dafür irgendwo granisch stehen müssen oder vielmehr auch unsere Kinder und Enkelkänger, also die zukünftigen Generationen. Alles in allem gibt der Staat 2020 und 2021 rund 300 Milliarden Euro mehr aus als ursprünglich geplant. Von dieser scheinbar geballten Finanzkraft sollten aber nicht nur wir, also damit meine ich Einwohner Deutschlands, sondern laut der Chefin des Internationalen Währungsforums auch noch viele andere profitieren. Laut ihrer Aussage, und ich zitiere hier mal, haben die Deutschen jetzt die Gelegenheit zu anderen Staaten zu sagen, gibt das Geld aus, aber zeigt uns die Rechnung und diese Rechnung wird mit Sicherheit kommen. Denn die verabschiedeten Kredite sind am Ende des Tages ja nur ein Teil der wirklich offiziellen Schulden Deutschlands. Die wahren Verbindlichkeiten, und damit meine ich vielmehr die verdeckten Staatsschulden, sind noch deutlich viel, viel höher. Denn unter Berücksichtigung der künftigen Rentenversprechungen, Gesundheitskosten und der gigantischen Pensionslasten, gerade auch im öffentlichen Dienst, kommen wir schnell auf einen Schuldenbetrag von rund 12,3 Billionen Euro. Mit dieser Zahl wird schnell klar, dass der Staat nur einen kleinen Teil seiner Schulden ausweist. Doch auch andere Staaten ziehen alle Register und gehen in die Vollen. Insgesamt betragen die offiziellen weltweiten Schulden von Unternehmen, Privatpersonen und Staaten rund 277 Billionen Euro nach unseren Recherchen. Diese wachsenden Verbindlichkeiten finanzieren sich übrigens mit dem Geld, das die Zentralbanken künstlich erschaffen, indem sie den größten Teil des staatlichen Schuldpapiere aufkaufen. Dass das auf Dauer eigentlich nicht gut gehen kann, ist meiner Einschätzung nach eigentlich selbsterklärend gefährlich. Wird es vor allem dann, wenn das Vertrauen der Menschen in die Währung, genauer gesagt in die Wertaufbewahrung, ja, letztendlich schwindet. Doch kann man zwar hierzulande diese Schuldenlast stemmen, doch wenn die Unternehmensgewinne weiterhin im Keller sind, die Steuereinnahmen weiterhin im Singflug, aber gleichzeitig die Zinsen steigen, dann platzt irgendwo in Zukunft meiner Meinung nach auch diese sogenannte Schuldenblase oder Lawine. Letztlich belasten Schulden nämlich auch das künftige Wachstum und den damit verbundenen notwendigen Fortschritt aus der Krise letztendlich heraus. Und ja, da fragt man sich natürlich auch, wie es dem Staat denn überhaupt gelingen kann, diese massiven Verbindlichkeiten loszuwerden. Im Endeffekt gibt es auf diese Frage eigentlich nur vier Möglichkeiten, die aus dieser Schuldenfalle noch hinausführen könnten. Zum einen ein sehr starkes Wirtschaftswachstum, was sich viele natürlich wünschen, mit dem sich dann steigender Einnahmen der Unternehmen und der privaten Haushalte die Schulden tilgen ließen. Schöne Vorstellung, sieht aber im Augenblick nicht danach aus. Zweiter Punkt, wir haben einen deutlicher Anstieg der Inflation, bei der die Preise deutlich schneller steigen als die Zinsen und somit eine Schuldentwertung, auch deutsch gesagt, im Gang kommen könnte. Und drittens, mögliches Szenario, wäre im Übrigen ein Schuldenschnitt, bei dem die Gläubier in dem Fall die Käufer der entsprechenden Staatspapiere auf einen Großteil ihres Geldes dann verzichteten und so die Rechnung der Regierung bezahlen würden. Da diese drei genannten Maßnahmen meiner Einschätzung nach vorerst nicht kurzfristig zu erwarten sind, wird es vielmehr auf den letzten Punkt, und zwar auf eine höhere Einnahme des Staates durch neue Steuern oder anders gesagt auch durch Sozialabgaben hinauslaufen. Und einige Beispiele zur verdeutlichen dieses Punktes lassen durchaus noch vermuten, dass die Besteuerung dieses Mal wie in der Vergangenheit auch zunehmen wird. In Frankreich betrug beispielsweise der Spitzensteuersatz der Einkommensteuer 1914 0%. Ein Jahr nach dem Ende des Weltkrieges dagegen 50%. Und auch in Großbritannien stieg der Spitzensteuersatz während des Zweiten Weltkriegs auf unglaubliche 99,25%. So befinden wir uns derzeit in einem, ja, Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, das Virus. Dennoch werden ähnliche politische Vorstöße zukünftig meiner Meinung nach schon zu beobachten sein. Schauen wir mal, was da kommt. Doch unabhängig davon, was uns in den nächsten Monaten und Jahren womöglich noch erwarten können, wir uns zumindest jetzt schon einmal darauf vorbereiten. Und gerade damit die Sparer und Anleger, die sich um ihre Ersparnisse jetzt absolut sinnvoller kümmern müssen und die anders anlegen. Denn die klassischen Alternativen der Geldanlagen, wie beispielsweise Sparbuch, Tagesgeld, Fiskgeld, bringen schon lange nicht mehr die Renditen und führen letztendlich weiterhin im Prinzip zu Verlusten, wenn man alles mal zusammen addiert. Der Wirk daraus ist in die Sachwerte. Da sind eben nicht nur Immobilien oder Gold, sondern eben auch die globalen Kapitalmärkte. Wichtig zu verstehen ist aber, dass wir trotz dieser Zeiten das Rad nicht eben neu erfüllen müssen. Denn es gibt einfach keinen Ersatz dafür, sich die fundamentalen Strategien, sprich das Handwerkzeug dazu anzueignen. Also viele meinen jedoch eben, die fundamentalen Dinge würden nicht auf sie zutreffen, weil sie glauben, dass ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihre besondere Situation eine andere Strategie der Geldanlage erfordert. Das ist der große Irrtum. Fundamentale Strategien heißen aber gerade deshalb fundamental, weil sie für jeden Menschen die Basis zu der betreffenden finanziellen Situation sein sollten. Und wenn Sie sich jetzt fragen, okay, ob nun unsere Sachwertestrategie, die wir seit Jahren erfolgreich umsetzen, auch bei Ihrem Vermögensaufbau und Vermögensschutz förderlich ist, dann tragen Sie sich am besten hier unter diesem Link einfach mal für ein kostenfreies Erzgespräch ein. Und wir schauen Ihnen dahingehend auch vielleicht helfen zu können. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie gerne einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal, denn Sie unterstützen damit auch die Fortbildung, gerade die finanzielle Bildung, die wir alle gerade in dieser Zeit noch mehr benötigen, um aus der Krise die Chancen zu machen. Und das ist auch unsere Botschaft an Sie für die nächsten Jahre, trotz diesen turbulenten Zeiten positiv in die Zukunft zu schauen. In dem Sinne, alles Gute, Ihr Klosser. Achtung, wie Sie jetzt in der Krise Ihr Vermögen schützen und Neues aufbauen, das finden Sie in unserem neuen Buch, die Wohlstandslüge. Und den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung und erfüllt Sie zu Amazon.